Habt ihr unter euch Springer auch eine eigene WhatsApp-Gruppe? Ja, haben wir. Der Name wird nicht verrotten. Habt ihr schon einmal ein Training abgebrochen? Beim Aufwärmen spielen wir doch gerne Fußball. Da passiert dann doch einmal, dass der Ehrgeiz anpackt. Dann wird der Hubi mal umgeschnitten. Dann muss er wieder heimhumpeln und kommt rein. Ich bin viel zu schnell für dich. Wollt ihr eigentlich selbst mal Trainer werden? Boah, bei mir ist es noch sehr weit weg, glaube ich. Ich schaue schon wieder jetzt an. Die Frage müsste ich im Arne stellen. Was waren eure größten Kindheitserfolge? Das Bestehen des Kindergartens. Das ist noch gar nicht so lange her bei mir. Bei mir war es neben der Volksschule. Parallelstil. Die Umschulung von parallel auf V. Die Musik von der 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020